Und bitte das 21. Türchen! Hallo und herzlich willkommen bei Santiago's Adventskalender. Mein Name ist Kit. Ich kenne Santiago von einem Treffen in Hamburg. Auf dem Film-Auto-Treffen habe ich ihn wieder getroffen. Es war sehr schön. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Viele Grüße, Kit. Heute kannst du eine signierte Sammelkarte von Santiago gewinnen. Vielen Dank.